Hallöchen meine Lieben, ich bitte Sie ganz herzlich, der Papa Keens. Hallo. Wir sind mal wieder im Auto, wir beginnen hier den Vlog. Wir gehen jetzt aber nicht Lebensmittel einkaufen, sondern, naja, doch müssen wir auch ein bisschen. Wir brauchen so Sachen wie Brut, Kartoffeln, also nicht viele Sachen, aber nur so ein paar Kleinigkeiten, die uns jetzt ausgegangen sind, weil wir waren am Dienstag für die Woche einkaufen. Wir gehen ja normalerweise immer Samstag und jetzt sind uns einige frischen Sachen leer gegangen. Aber vorher wollten wir kurz zum Baumarkt, weil wir planen eine kleine Veränderung beim Zaun. Dort, wo wir bei uns in den Garten gehen, brauchen etwas Höheres, damit die Hunde da nicht drüber kommen. Also bisher hatten wir kein Problem mit Sophie und Emmi, aber die Goldie springt da drüber. und ja, das wollen wir halt verhindern, dass sie nicht auf der Straße läuft. Deswegen... Das ist halt sehr nervig. Ja, das ist halt, die Goldie, wenn wir zum Beispiel, sie ist im Garten und jetzt sind alle Welpen draußen, sie mag es nicht mehr, dass die bei ihr halt... Sie kann sie nicht mehr stillen. Sie haben schon Zähne und... So viele Welpen. So viele Welpen, ja. Und wir können sie nicht mehr stillen. Sehr viele Zähne. Sehr viele Zähne und viele spitze Zähne. Und ähm, dann läuft sie vor ihnen davon, dann springt sie halt über den Zaun, wartet vor der Tür und bellt vor der Tür, wuh, wuh, dass sie rein will. Ich meine, bisher ist noch nichts passiert, aber vielleicht, wenn sie auf die Straße gehen sollte, wäre das halt schon ein bisschen gefährlich. Deswegen neuer Zaun. Mittlerweile sind wir schon im zweiten Baumarkt. Ich bin jetzt nur gerade auf der Suche nach dem Papa, weil ich bin noch im Auto geblieben und habe den Kleinen gestillt. Aha, meine Schöne Richtung. Die Gartenabteilung ist nämlich in der anderen Richtung. Ja, und der Kleine ist jetzt angeschlafen und er hat keine Suchen an. Und ich muss jetzt da zum Garten hin. Und Luisa, welchen Zaun kaufen wir? Weiß. Weißt du das? Ein was? Ein Zaun? Ein Zaun? Ja. Warte. Diese. Kaufen wir sowas? Hat sie Luisa verwirrt. Da ist der Papa. Der spricht da gerade mit seinem Mitarbeiter und der hat eigentlich schon einen Zaun jetzt gefunden. Prinzipiell war das Wichtigste das Tor. Und das haben wir jetzt gefunden. Luisa, hast du schicke Sandalen? Zeig mal deine Sandalen. Wow. Wichtig. Das sind so. Drei? Du bist so. Du bist so. Du bist so. Du bist so. Mama bist so. Du bist so. Und? Und dem Silber ist 2,99. Da nehmen wir lieber den Silber. 2,99 Euro. Ja. Ich brauche die Farbe nicht unbedingt. Sie wurscht ja. Aber das hat auch hier noch was. Das passt dann zu unserem anderen Zaun, was wir haben. Und das ist viel günstiger. 40 Euro und wird fotografiert über 50. 60, glaube ich. Das heißt, 300 ist das Tor quasi. Ich brauche zwei Zaunelementen. Aber ich kann die kleineren nehmen. Das ist aber 1,23 Meter. Das ist schön klein. Das schaffen wir eh nicht zum drüber springen. Ja, dann eben das. Ja, mit unserem Zaun haben wir uns jetzt kurzfristig umentschieden. Weil wir da eine Firma gefunden haben, die uns das um ein bisschen mehr Aufpreis machen würde. Ich glaube so 300 Euro mehr. Und da sparen wir uns die Arbeit und die Schlepperei und die Kalkulation. Und der Papa würde halt einer dafür locker 3 Tage brauchen. Und jetzt kommt vielleicht Mittwoch sogar eine Firma, die uns den Zaun macht. Und haben uns den Stress erspart. Also haben wir jetzt nichts gekauft. Jetzt gehen wir schnell noch ein paar kleine Lebensmittel lang. Also kleine Lebensmittel. Kleine Lebensmittel. Und wenn ich zeige euch, was ich gekauft habe, bin ich warm aus. Der Papa hat den Kleinen kurz rausgeholt. Schaut mal, während ich da schon im Action war. Also ich habe auf jeden Fall so eine komische Schlange geholt. Mit so Knoten für die Tähne. Sehr gut. Weil die kann aber aktuell einfach alles an. Dann habe ich so einen Ring geholt. Der hat auch noch so eine Schnur dabei. Ich habe viel in Rosa genommen, weil wir viele Mädels zu Hause haben. Bitte schön. Dann habe ich diesen Ball hier geholt. Der ist auch ein bisschen schwer. Da. Und Karate. Oder im Prinzessin. Ja. Dann habe ich seinen Teddy geholt. Schaut mal, wie sie ist. Willst du nicht? Schau, Baba. Bitte schön. Das ist so ein Stressball. Ja, genau. Dann habe ich noch sowas geholt. Da können die so Tauziehen spielen. Und... Das war auf Mannschaft. Drei auf einer Seite, vier auf einer anderen Seite. Genau. Und dann habe ich noch Bälle geholt. Ja. Ja. Und für den Kleinen habe ich auch was geholt. Für meinen Welpen. Da habe ich dieses Ding da gefunden. Da habe ich mir gedacht, das würde ihm sehr Spaß machen. So, mein Dinsaub. Der hat ein bisschen geweint. Und deswegen... Ich bringe es noch. Ach so. Ja gut, ich bringe es jetzt in den Kofferraum, oder? Fahr mal einen Kaffee. Ja. Ja. Er will es sonst, ja? Ich kann einkaufen. Er kennt seinen Greif. Er hat gebrüllt hier, wie am Spieß. Meine Ohren. Wie sieht der aus? Wie sieht der aus? Wie sieht der aus? Sieht mal. Oh, mein Lammweil liegt da hinten. Sieht mal, können Sie nicht achten? Ich habe ihn rausgenommen. Ach so, er hat bei dir gesprüllt. Nein. Scheiße. Sieht doch schon. Ich dachte, du kommst nicht weiter. Nein komm, ich war eh wohl schnell. Nein, die Bärchen lassen wir zu. Hey Bauer, komm schnell mal hin. Einen. Zeit mal. Die Liebe spielt mit dem Spielzeug. Ist das ein Ding für Vollem Koffert auch hin? Ja, ja, ja. Herr Luisa? so konzentriert so konzentriert bravo, mein Saiti was denn? ok ja gelb 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 schmeiß rein komm Lisa, geh dem Papa nach nicht für dich die Goldi will auch ein bisschen Joghurt oder was? ja zeig ich mir mal wie die Welpen jetzt da hergelaufen kommen tja, machst du die Tür zu Luisa? hol sie meine Babys du hast mich mit Eis angepatzt Luisa? nein, schlitter komm wie sie alle den Papa hinterher da muss man aufpassen, dass die großen Hunde das nicht schlabbern hier gehts von da, bitte weg nur die Babys awww ob sich das ausgeht lustig aber warum stehst du so quer schau, wenn du da regst schau alle Joghurt schlabern ja schlappi schnappel, schnappel schnappel, schnappel schnappel, schnappel wie ich mir das vorgestellt habe haha süß wer kämpft gegen wen? Ingo gegen Lucy Lucy hat gewonnen tja, ich habe noch was sie ist immer Einheimische und die anderen sind die Gäste genau Einheimische aber das ist richtig süß Mama ich habe noch Ball geschießen ihr lasst den Boden den Welpen dann kann er spielen Louis schau sieh mal hier und ist das das? ja da lass dem Louis zum spielen da Louis du kannst auch spielen die Bella spielt auch schon mit denen mhmh das ist süß die Goldi macht die Tellerchen sauber wer wird es nämlich noch gefüttert ja die Peppa hat schon die Peppa hat schon kommst du bitte mit mir ich will nicht bitte schaut euch die Lucy an sie hat das Spielzeug jetzt hier ins Körbchen rein getragen schau mal jetzt kannst du spielen schau mal wie sie so schön spielt und kannst du auch spielen? ja mit diesen komischen Ringen das war eine richtig tolle Idee das war eine richtig tolle Idee jetzt tust du alles rein, Luisa mal schlauen eh nein jetzt kämpfen sie nicht also jetzt beißen sie sich anstatt mit dem Spielzeug hallo schau Spielzeug Spielzeug ja und das sind Gäste so meine Lieben ihr seid bei mir jetzt in der Küche denn ihr werdet jetzt Abendessen vorbereiten ich mache einmal Reisfleisch denn die Kinder haben noch Lust aber ich mehr und für die Mama werde ich noch Gemüse im Backofen machen sie hat ein Rezept ich weiß es nicht auswendig aber ich bereite nur das Gemüse vor und den Rest mag die Mama dann alleine ja ich habe schon angefangen ich habe da auf dem Herd ein bisschen Fleisch die ich vorher angebraten habe und jetzt lasse ich sie mal richtig kochen damit das Fleisch weich wird und ja den Rest könnt ihr mal selber sehen und dann geht es die 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 ein Musik Musik So meine Lieben, mein Abendessen ist jetzt fertig, schaut so aus Und wir werden jetzt gleich essen, denn wir sind mega hungrig Ich kann es wahrscheinlich den ganzen Topf verschlingen Mamas Essen ist noch nicht fertig, es dauert noch circa 30 Minuten Aber wenn das fertig ist, zeige ich euch auch So schaut mein Essen aus, der Baba hat es für mich jetzt zubereitet Ich finde es sieht mega lecker aus, oder? Was sagt ihr? Das ist richtig vegan, war jetzt nicht so mega geplant Aber ich freue mich schon mega drauf Das sind Kartoffeln, Kaffiol, Kichererbsen und so weiter Und ich werde mir gleich ein bisschen was anrichten Habt ihr alle schon gegessen? Ja Okay, dann werde ich das alleine essen Das riecht auf jeden Fall schon mega gut Und ich liebe ja Kaffiol und die restliche Familie nämlich nicht so, oder? Ja, auch nicht schlecht Hey meine Lieben, wir haben mittlerweile schon Montag, also zwei Tage später Ich habe am Samstag nicht mehr weitergeblockt, weil ich habe mich ein bisschen verletzt Und zwar habe ich mit meinem rechten Fuß gegen den Tisch vom Couch, also gegen diesen Couchtisch, Tischbein Bin ich voll krass angekommen beim Vorbeigehen, also ich habe mich quasi getreten Und es hat so krass weh getan, ich habe wirklich, ja, mir die Seele rausgeheult Ich dachte, der ist gebrochen Ist aber nicht gebrochen, wir waren nämlich gestern am Sonntag kurz in der Notaufnahme, um ein Röntgen zu machen Und ist nicht gebrochen, Gott sei Dank, sagst du euch Ich habe ja einfach mir schon alles ausgemalt, dass ich jetzt einen Gips bekomme oder sonst irgendwas Und auf das hatte ich ja sowas von überhaupt keine Lust Und deswegen war ich so fertig mit meinen Nerven Ich war dann so richtig depressiv sozusagen Weil, ja, also, man kennt, wenn man eh schon so viel beschäftigt ist Man hat Kinder, man hat das und das zu tun Dann möchte man nicht noch einen Gips tragen Aber Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen Ich kann es euch mal zeigen, wie das ausschaut Es ist nichts, also beim Röntgen war nichts zu sehen Es ist wahrscheinlich so eine Prellung Aber es ist ein fetter blauer Fleck Und eine richtige, also es ist richtig angeschwollen Und ich kann nicht, ich kann nicht auftreten, ohne dass es weh tut Und ich kann mich auch nicht strecken, ohne dass es weh tut Also auf jeden Fall schon krasse Schmerzen Ich habe das auf Instagram schon geteilt Und voll viele haben halt auch geschrieben, dass eine Prellung sogar mehr weh tut als ein Bruch Das wusste ich auch gar nicht, weil ich war gestern so durch Ich habe dann auch gesagt, dass ich kurz mal Pause brauche Wenn ich dann auch so ein bisschen mies gelaunt dann bin Dann kann ich dann auch nicht irgendwie fröhlich in die Kamera lächeln Und ich bin so ein Mensch Ich möchte jetzt auch nicht immer so jammern Und deswegen mache ich dann gar keine Story lieber Was ist denn da los, ey? Ja, jetzt bin ich im Garten mit dem Kleinen Der Papa ist im Haus und arbeitet was am Computer Und ich bin hier mit den ganzen Hunden und habe meinen Fuß hochgelagert Da kann man es, glaube ich, gut erkennen Meine Mäuse Also, Moment, ich wollte nur kurz den Zuschauern Also, jetzt kann man es, glaube ich, gut erkennen Hier, da, diese angeschwollene Stelle Ist zwar nicht gebrochen, aber Ja, schaut auch wild aus Und tut auch weh, ehrlich gesagt Und jetzt muss ich aufpassen, weil mein Socke wird hier gestohlen Hey, gib mir meine Socke Ja, meine Lieben, ich hoffe, der Vlog hat euch trotzdem gut gefallen Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video Und wir sehen uns dann wieder